Ja Hallöchen meine Lieben, ich möchte euch in dem Video zeigen, wie ihr das Inventar der Tränke erhöhen könnt. Dafür müsst ihr die Quest für die Wissenschaft machen, die im Verlauf der Hauptquest aus der Versenkung auftaucht. Finden tut ihr sie im Westen vom Versteck in Mitzhöhle, sprecht dort mit Owen, um die Quest zu starten. Geht nun zum Jagdbrett, sprecht mit Nektar und wählt dann Übersichtungen von Bombern aus. Hier unten seht ihr dann den ungefähren Auftragsort. Teleportiert euch also zum Drachenhorst im Kaiserreich St. Brecque und geht dann hier entlang, bis ihr da seid, wo ich gerade bin. Ihr startet eine Filmsequenz und ein Kampf, besiegt den Gegner und folgt dann weiter der Quest. Als Belohnung bekommt ihr den behandelten Trinkbeutel. Und hier seht ihr dann auch, wie genau er das Inventar verbessert. Ja das war's dann auch schon wieder mit dem Video, macht's gut und Paris Athen, auf Wiedersehen!